So, ich hoffe, euch hat diese kurze Timelapse gefallen. Das habe ich nämlich heute den ganzen Nachmittag aufgenommen gehabt, wie man es auf Instagram sieht, weil da habe ich auch eine Picture gepostet, wie ich angefangen habe zu aufnehmen und das ist jetzt sogar vorher gerade fertig geworden. Ja, und es dauert jetzt nur 13 Sekunden oder so, aber ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch nicht gefallen hat, ein Dislike. Wenn es keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne da unten den Kanal abonnieren und wenn ihr Benachrichtigungen kriegen wollt, wenn ihr ein Video aufschönen könnt ihr gerne die Glocke aktivieren und auf alle Benachrichtigungen gehen. Ja, ich würde mich sehr darüber freuen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020